...die Bronzemedaille belegte vom Helsinki-Zichtlinisverband Tom Capus. Herzlichen Glückwunsch, Deutschland. Vizemeister, Silbermedaillengewinner, zweiter Platz beim Bundesfinale hier im Gartenkind vom Westdeutschen-Zichtlinisverband Gastin Heikner. Und der Bundesminister, erster Platz, vier, ich halte hier im Gartenkind beim 29. Bundesfinale, ganz oben auf dem Podest vom Hamburger G-Zichtlinisverband. Herzlichen Glückwunsch, Rathlernstalle. Vielen Dank.